Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo von mir. Dies wird eine Livestream-Ankündigung werden und zwar für morgen, Freitag, den 9.03.2018 und ja, es wird, also es geht um 20 Uhr los, ganz normal wie immer eigentlich, also ich fange eigentlich meistens um 20 Uhr an und dann werde ich, jetzt muss ich gerade überlegen, ja es wird halt ohne, also es wird kein Ende geben, also es geht so lang wie ich halt eben Spaß habe, das kennt ihr ja auch schon von mir, ist ganz normal und ich werde jetzt dann auf der Ebsdorfer Heide spielen, das einfach mal so zur Info, da das nämlich jetzt mit dem Download hingehauen hat und ja, ich bin da jetzt echt froh, dass das endlich mal hingehaut hat, ich meine, das ist jetzt mein zweiter Versuch, aber trotzdem, ich musste schon lange warten, dass ich das runterladen kann, die Map und ja, und da werden wir dann starten, also wirklich starten von Null, also ich werde dann vielleicht noch den Startvorpark ein bisschen anpassen mir, von den PS-Klassen will ich, also bei den Traktoren will ich eigentlich bei den Stärken bleiben, aber ich will mir eben vielleicht ein paar Mods dann, also halt alles auf Mods machen vielleicht, so viel, wie es halt eben nur geht, also dass ich einfach den, also man hat ja den 700er zum Beispiel am Anfang und dass ich den einfach durch einen Modtausch, vielleicht auch den 700er und dass man da halt dann die gleiche PS-Klasse nimmt und dass das dann wenigstens nochmal so fair ist und ja, genau so von den Leistungen her und von der Menge her und ja, und da halt einfach Mods nehmen und da man ja da sowieso schon viel hat, finde ich das eigentlich ganz gut und ja, da werde ich dann anfangen und werde dann spielen mit euch und, oder ich eben alleine und ihr könnt dann zuschauen und ja, wahrscheinlich halt dann Feldarbeit, all das Zeug, ob ich mit Seasons spiele, weiß ich noch nicht, muss ich noch überlegen, mal schauen und ja, dann freue ich mich auf euer Kommen, könnt ihr gerne teilen und ja, freue mich auf euch, wenn ihr dabei seid und ja, bis dann morgen am Freitag. Ja, bis dahin, noch eine schöne Zeit und ich nehme jetzt noch schön das Video für morgen auf, für den Freitag, die Folge Franken und vom Franken Let's Play und ja, dann freue ich mich auf morgen Abend, bis dahin, ciao, ciao, servus.